was ist da unter meinem rock okay spaß beiseite ich bin der f204 und ich habe keinen rock an ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht das spielt auch keine rolle ich habe in diesem tutorial vor mit euch zusammen einen kleinen title screen zu basteln ein title menu oder titelmenü auf deutsch und ich denke mal dass das vielleicht für den einen oder anderen ziemlich interessant sein könnte und auch wenn ihr bereits wisst wie das geht vielleicht werdet ihr das ein oder andere sehen was ihr noch nicht wusstet und was ihr vielleicht in euren spiel integrieren könnt ich zeige euch erstmal was wir vorhaben der ein oder andere hat bereits in meinem kanal gesehen wir haben vor ein bisschen animationen zu machen und alles ihr habt erstmal schon mal gesehen ich wurde nicht in das normale title menu geschickt wie man es normalerweise kennt vom apg maker sondern gleich auf diesem bildschirm hier und was ist da im rock drückt enter und finde es heraus ihr seht hier eine hübsche animation mehr oder minder ich habe mir meine allergrößte mühe gegeben wir drücken enter und finden heraus was da im rock ist und es ist ein fisch im rock das hier ist ungefähr dann der title screen den wir zusammen basteln werden wir haben hier unten eine menüleiste die wir mit tastatur oder mit maus bedienen können wir können hier überall rein option spiel laden und wir können auch ein neues spiel starten und auch das spiel beenden ihr seht ja wie gesagt immer noch dieselbe animation dass der fisch jetzt ein bisschen hin und her wackelt und ab und zu mal blind sind können neue spiel starten können wir gleich mal ausprobieren und wenn ich hier auf spiel ende geht zum titel zurück dann werde ich hierhin zurückgeworfen zu dem titelbildschirm und nicht zu dem normalen titelbildschirm können das spiel auch wie gesagt beenden und fertig das war's mehr ist es im grunde nicht aber da steckt natürlich einiges an arbeit dahinter und das werden wir jetzt machen ihr könnt in der video beschreibung eine datei runterladen eine zip datei die wird dann ungefähr so sein wie ich sie hier habe kann sein dass ich sie mittlerweile dann aktualisiert habe und sie vielleicht ein bisschen anders ist aber im großen und ganzen wird sie so sein da doppelklickt ihr drauf öffnet das ganze zieht euch den ordner raus fertig oder ihr rechtsklickt drauf alle extrahieren auch fertig ihr geht in den ordner und habt dort drei unterordner grafiken maps und plugins erstellt neues projekt im apg maker das habe ich bereits getan das ist mein neues projekt und dort werden wir erstmal die grafiken importieren wir gehen hier einfach in den ressourcen manager und der pictures werden wir die importieren drücken hier auf importieren gehen auf bei mir ist jetzt im desktop fisch im rock da war es grafiken wir markieren alle drücken auf öffnen und dann haben wir alle drin fertig können wir schließen das haben wir schon mal gemacht als nächstes kopieren wir uns die maps hinein dazu müssen wir mal kurz zwei maps erstellen also einfach auf deutsch noch eine zweite weil die erste map ist bereits da speichern gehen auf spiel ordner öffnen schließen den apg maker den brauchen wir jetzt kurz nicht gehen auf maps kopieren uns hier die maps raus die direkt im maps ordner sind im fertig ordner dort werden dann die fertigen maps mit allen events und allem drin sein dann könnt ihr euch das menü noch mal angucken und sehen wie das ganze noch mal funktioniert unabhängig von meinem video so wir kopieren uns das ganze dann raus rechtsklick kopieren oder steuerung c gehen dann hier in unser projekt rein in data und dort haben wir dann map 1 und map 2 und die überschreiben wir jetzt einfach dateien im ziel ersetzen fertig haben wir gemacht und wir können wieder zurück in den apg maker gehen und dann müssten wir die zwei maps eigentlich offen haben und es funktioniert auch wenn wir eine startposition die verschiebe ich mal kurz hierhin und dann können wir eigentlich im grunde mehr oder weniger loslegen wir brauchen jetzt noch zwei plugins aber wir verwenden erstmal nur eins und das zweite werden wir später mal rein kopieren oder ihr kopiert gleich beide reihen spielt eigentlich für uns keine rolle das war jetzt der falsche ordner spiel ordner öffnen js plugins ich glaube das ist der richtige ordner so und dann hier plugins in meiner zip datei hier habt ihr zwei stück wie gesagt braucht ihr erstmal nur das untere und das obere kommt später und das kopiert euch beides rein oder halt erstmal nur eins wir machen erstmal nur eins oder ach wir kopieren einfach gleich beide rein so wenn wir das spiel nämlich jetzt starten haben wir nämlich ein problem wir starten das spiel und haben erstmal in splash screen sowieso gleich ausschalten und dann sind wir in diesem menü und da wollen wir definitiv nicht mehr hin gottes willen da wollen wir garantiert nicht mehr hin so und dann gehen wir hier unter plugin manager schalten erstmal dieses mail bis mv aus oder überschreiben es einfach ja wir überschreiben es einfach wir gehen hierbei allgemeine einstellungen hier bei dem namen und suchen uns unser eigenes plugin raus und das ist es gibt title screen ok übernehmen und was ich auch noch machen möchte ist die auflösung ändern bildschirm breite sind 1280 jetzt in meinem fall aber das könnt ihr dann individuell für euch entscheiden oder 720 in der höhe ok übernehmen ok und wenn ich jetzt das spiel starten müsste ich direkt auf die map geschmissen werden und es funktioniert ich bin direkt auf der map und wenn ich jetzt escape drücke spielende zurück zum title bin ich wieder auf der map ich werde immer auf die map geschmissen und wir werden jetzt noch mal etwas ausprobieren ob das ganze auch funktioniert wir haben wir nämlich den game over bildschirm der würde uns ja auch ins title menu schicken und wir haben noch den rückkehr zum titel bildschirm befehl und der würde uns ja auch zum normalen title bildschirm führen tut er aber nicht mehr und game over sind wir zwar jetzt aber wir sind wieder hier auf der map das ist doch genau das was wir wollen und alles funktioniert wir kommen immer auf die map zurück und können hier auf dieser map unser event basiertes menü jetzt aufbauen und das werden wir jetzt tun an dieser stelle wir werden aber vorher noch etwas machen falls ihr kein interesse daran habt wie das plugin funktioniert weil das werde ich jetzt nämlich erklären könnt ihr den rest des videos einfach überspringen und ins nächste video springen wenn ihr aber interesse habt also daran habt wie das plugin funktioniert und wie man sich solch einem plugin selbst schreibt mehr oder weniger dann könnt ihr einfach bleiben so an alle die geblieben sind hallo und wir werden uns jetzt erstmal ein kleines plugin schreiben dazu ladet ihr euch einfach runter code also visual studio code und der link dazu wird in der video beschreibung sein ihr download for windows ihr klickt einfach hier drauf oder klickt hier auf den pfeil und sucht euch dann den entsprechenden download für euer betriebssystem aus oder klickt hier auf download und hab dann dasselbe so ich hab's bereits runter geladen und hab's bereits hier auf dem desktop das installiere ich jetzt einfach mal ich akzeptiere die vereinbarung weiter ja weiter weiter und hier nicht auf weiter drücken nicht sofort zumindest was noch sehr gut wäre wenn aktion mit code öffnen im datei kontext menü hinzugefügt wird und aktion code mit code öffnen auch im verzeichnis kontext menü hinzugefügt wird das wäre nicht verkehrt weil das zeige ich euch gleich warum so das machen wir installieren das ganze und das dauert kurz moment aber das geht relativ fix denke ich mal so schon fertig wie soll ich studio code starten brauchen wir nicht so jetzt wo wir das ganze installiert haben gehen wir zurück in den apg maker in mein neues projekt das ist das neue und gehen zu spiel ordner öffnen und und dann haben wir hier den js javascript ordner wo wir gerade die plugins reingeschmissen hatten bei plugins da gehen wir rein rechts klicken auf js und dann steht hier im kontext menü die aktion mit code öffnen und genau diese brauchen wir jetzt auch wir öffnen einfach den ordner mit code und haben das ganze dann geöffnet hier haben wir schon was offen weil das habe ich gerade eben ausprobiert natürlich ich zeige euch jetzt keinen irgendwelchen blödsinn den ich nicht schon mal probiert habe können wir aber alles schließen so ungefähr wird es dann wahrscheinlich bei euch aussehen wenn ihr das ganze dann zum ersten mal öffnet ihr habt ihr die libraries die könnt ihr zu machen und die plugins die könnt ihr offen lassen und ihr habt den normalen apg maker code unter den plugins den brauchen wir auch gleich so bei den plugins werden wir uns jetzt ein neues erstellen das nennen wir dann einfach neue datei rechts also rechtsklick auf plugins neue datei und das nennen wir dann einfach skip title punkt js javascript enter dann haben wir hier unser neues plugin wir öffnen mal kurz mein altes plugin beziehungsweise mein originales plugin und gucken uns das ganze mal an hier oben das interessiert uns eigentlich nicht so wirklich das ist nur irgendwelches blablabla das interessiert keinen das hat mit dem code nichts zu tun ist halt nur autor und was das plugin bewirkt etc pp das spielt jetzt für uns keine rolle brauchen wir auch nicht was wir brauchen ist diese ganze diesen ganzen code hier den brauchen wir das ganze ist aber nur gekopiert und pastet also kopiert und eingefügt und leicht variiert ihr werdet das sehen ich habe da nur ein bisschen was verändert und das ist wirklich nicht kompliziert das kann jeder nachvollziehen was ich da getan habe und wie das ganze funktioniert als erstes werden wir werden wir genau wir werden als erstes erstmal hier die function reinschreiben bei uns auch also einfach klammer auf klammer zu ist das jetzt richtig ja genau alles richtig gut ich prüfe das nur noch mal lieber so und dann geschweifte klammer zack und ungefähr dass das so aussieht so jetzt stimmt alles glaube ich ich denke mal so wenn ich würde würde mir eine fehlermeldung auswerfen und das tut er ja eigentlich nicht er würde was rot unterstreichen wenn hier was nicht stimmt sie seht ihr dann ist das hier rot unterstrichen und dann sagt er mir da fehlt die klammer und fertig dann ist das nicht das problem so ungefähr muss das dann aussehen klammer auf function klammer auf klammer zu leerzeile leerzeichen geschweifte klammer auf dann könnt ihr auch alles zusammen lassen wenn ihr das wollt dann sieht das ganze so aus und hier kommt dann der code einfach rein zwischen die zwei geschweiften klammern so und da schreiben jetzt den code rein wir werden dazu auf die lupe gehen und suchen etwas besuchen habe ich schon gemacht wie ihr gerade gesehen habt besuchen go to klammer auf scene unterstrich und dann title genau und dann haben wir es auch schon wir brauchen wirklich nur go to klammer auf scene unterstrich t das reicht schon vollkommen und dann haben wir hier fünf treffer und genau diese fünf treffer sind diese treffer hier 1 2 3 4 hm wo ist der fünfte der fünfte ist im made with mv js plug-in und das plug-in war ja das mit den ja splash screen am anfang das haben wir sowieso ausgeschalten das müssen wir jetzt nicht bearbeiten es sei denn ihr wollt das plug-in unbedingt behalten dann könnt ihr natürlich das ganze dann hier auch abändern braucht ihr aber eigentlich nicht so dann haben wir hier vier treffer wir fangen einen an mit apg unterstrich scenes punkt gs wobei wir auch mit objects gs anfangen könnten spielt keine rolle wir doppelklicken einfach drauf auf alle drei ne quatsch auf 1 weil alle drei geht macht keinen sinn weil es ist immer die gleiche datei entschuldigung mein fehler also wir doppelklicken auf das oberste oder klicken einfach auf das oberste und finden dann die stelle hier hier schickt uns der code zum titelbildschirm und das wollen wir doch eigentlich gar nicht wir wollen doch gar nicht mehr zum titelbildschirm er sucht uns quasi einfach raus wo uns der code zum titelbildschirm führt und das sind dann ist an vier stellen nun ist das quasi der spiel start wenn das wenn das spiel gebootet wird dann schickt er uns entweder beim testkampf also beim battle test in den in die scene battle beim event test in die scene map und wir machen aber die wollen werden aber in den normalen in die normale map geschickt und dementsprechend werden wir uns das komplett raus kopieren einfach es gibt title wir kopieren es hier rein fertig und wir ändern einfach nur aus scene title machen wir sie eine map fertig löschen noch window title command raus das brauchen wir nämlich nicht mehr weil wir haben kein window mehr offen und oder wollen es auch nicht offen haben und fertig dann haben wir das schon mal abgeändert und er schickt uns beim spiel start nicht mehr auf den title screen sondern direkt auf die map jetzt haben wir aber noch das problem dass es ja noch andere dinge gibt wo uns in den title screen schickt zum beispiel bei scene game end machte das ganze werden wir auch raus kopieren einfach das ist eigentlich nur kopier arbeit sagt rein kopiert wir kopieren hier data manager set up new game und scene manager go to scene map das die beiden zeilen brauchen wir einfach rechtsklick kopieren oder halt steuerung c also einfach markieren steuerung c und diese zeile hier scene manager punkt go to scene title einfach überschreiben und fertig und dann dasselbe mit dem letzten hier unten einfach kopieren wir gehen wieder zurück zu skip title es gibt title und kopieren das ganze jetzt auch einfach nur rein so das ist jetzt der game over bildschirm hier steht sie eine game over und wenn wir game over gehen wollen wir natürlich auch auf die erste map zurückgeschickt werden so und jetzt kommen wir zum letzten zum wirklich letzten und das ist command 354 klingt sehr kryptisch das ist der game interpreter er interpretiert diese ganzen befehle hier und das sind wirklich eine ganze menge aber es ist rückkehrt zum titelbildschirm ist damit gemeint und da soll er natürlich auch nicht zum titelbildschirm zurückkehren sondern natürlich dementsprechend auch auf die map da wo wir hin wollen also kopieren wir uns das ganze auch rein so wir sind hier falsch sorry hierhin wollten wir so in unser eigenes plug-in und überschreiben auch einfach nur scene manager go to scene title mit unseren beiden zeilen hier speichern das ganze mit steuerung s oder datei speichern hier genau speichern und schon ist das ganze fertig dadurch dass wir ihn am anfang gleich in den plug-in ordner rein mit rechtsklick neue datei reingeschrieben haben die datei können wir direkt in den apg maker gehen das wäre dann hier können hier in die plugins gehen und und haben dann hier und sonst gibt title wunderschön und können das ganze gleich mal ausprobieren ob unser selbstgeschriebenes plug-in jetzt funktioniert natürlich überhaupt nicht warum funktioniert das ganze jetzt nicht damit okay ich habe den fehler gefunden ich habe den fehler gefunden ich habe hier vergessen noch mal diese klammern zu setzen und jetzt hat es in mensch so ein kleiner fehler bei function klammer auf klammer zu hier muss natürlich hier am ende dann auch noch mal klammer auf klammer zu war mein fehler passiert aus fehlern lernt man am besten und jetzt funktioniert das ganze auch gut dann werden wir noch testen ob alles richtig funktioniert spielende zum titel zurück funktioniert wir sprechen mal kurz die frau an game over wir kommen wieder ins auf die map wir sprechen den duit an und wir kommen immer wieder auf die map also wir haben gar keine chance mehr auf den normalen title screen zu kommen als spieler und genau das ist das was wir wollen war ein kleiner fehler mit drin aber naja das ist das haupt problem beim programmieren finde ich wenn man irgendwo was vergisst was kleines ein paar klammern oder irgendwas irgendwo ein tipp fehler drin ist das ist manchmal so schlimm das zu finden egal wir haben es gefunden beziehungsweise ich habe es gefunden und das war es dann soweit mit der vorbereitung wir können dann beim nächsten video direkt loslegen jay und im nächsten video werden wir dann das komplette menü dann hier auf dieser map zusammen friemeln ihr werdet sehen das ist ganz cool ja ihr könnt das ganze relativ gut nachvollziehen denke ich mal was ich hier tue und ja ich denke mal es wird alles klappen dann tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020